Im Übrigen sind die von ihr angeführten Behauptungen zur Verbreitung, Geschäft und so weiter mit Kinderpornografie im Internet nicht belegbar, weder vom Bundeskriminalamt noch aus ihrem eigenen Haus, dem Familienministerium selbst. So auch in der Taz am 15.06.2009. Es sollten die Ursachen abgestellt werden und nicht in einem hyperaktiven Aktionismus versucht werden, Symptome zu behandeln. Und es geht. Im rheinischen Merkur vom heutigen Tag steht noch, wie man auch zu einer Löschung kommen kann, ohne Sperrung. Da sind auf privater Ebene Serverbetreiber angeschrieben worden, wo solche Seiten auf Listen aus den skandinavischen Ländern aufgetaucht sind. Und binnen zwölf Stunden sind 60 Seiten abgeschaltet worden. Es geht also. Aber da hat zum Beispiel die Regierung ja oder die Polizeibefindlichkeiten, direkt Kontakt mit irgendwelchen Betreibern aufzunehmen, aus Höflichkeit vor anderen Polizeistellen im Ausland. Ich denke, daran sollte man auch mal arbeiten. Kinderpornografie, sexueller Missbrauch von Kindern, eins der schlimmsten Verbrechen gilt es zu bekämpfen, auf allen Ebenen und mit allen zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen Mitteln. Dieses Gesetz ist Placebo, entfaltet in diesem Kampf keine Wirkung, greift aber in Bürger- und Freiheitsrechte ein und schafft die Struktur für Internetzensur, so hat sie Frau Krogmann ja auch dargelegt und kann deshalb nur abgelehnt werden. Und wenn der Kollege Bosbach, ich sehe ihn im Moment nicht, immer wieder auch behauptet und angeblich keinen kennt, der eine weitergehende Zensur verfolgt, dann braucht er sich nur mal in seiner eigenen Fraktion und bei der SPD umzuschauen. Da wird er schnell fündig. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Jörg Wunderlich von der Linken-Bundestagsfraktion war das. Und der nächste Redner in dieser Debatte ist Wolfgang Wieland von den Grünen. Er ist der Sprecher für innere Sicherheit. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir haben es während der gesamten Debatte um dieses Gesetz gesagt und auch an den Anfang unseres Entschließungsantrags geschrieben. Der sexuelle Missbrauch von Kindern durch Erwachsene und seine Verwertung durch die Herstellung von Kinderpornografie ist ohne jede Frage einer der widerwärtigsten Formen von Kriminalität. Die Opfer erleiden physische und psychische Schäden, unter denen sie in der Regel ihr Leben lang zu leiden haben. Und weil dies alles so unerträglich ist, haben wir als Grüne seit Jahr und Tag diesen Kampf gegen Kinderpornografie geführt. Wir haben vor mehr als 20 Jahren, ich kann mich erinnern, im Rahmen der Emma-Porno-Kampagne entsprechende Hefte aus einschlägigen Läden geholt und haben die Strafverfolgungsbehörden sozusagen zum Jagen getragen. Deswegen sage ich ganz bewusst und auch wegen einiger Untertöne, die in den letzten Tagen hier zu hören waren, wir als Grüne brauchen uns in der Frage der Ächtung und der Bekämpfung von Kinderpornografie vor niemandem hier im Saal zu verstecken. Deswegen, und bevor wir hier über Sperren, und das ist ja nur ein Vorhang vor dem geschehenen Verbrechen reden, das Vordringliche noch einmal zur Erinnerung. Was wir brauchen, ist Verstärkung der Prävention, gerade hier die Verhinderung von Missbrauch. Was wir brauchen, ist Beschlagnahme, ist Vernichtung und Löschung von kinderpornografischem Material. Und wir brauchen die Strafverfolgung der Täter und die intensive Hilfe für die Opfer. Das ist das Entscheidende. Und nur in dieser Abstufung reden wir auch über die Sperren. Wir haben vor zwei Tagen, Herr Kollege Dörpmann, vor zwei Tagen ein völlig neues Gesetz formell und materiell vorgelegt bekommen. Ich gebe zu, ich gebe zu, es ist an entscheidenden Stellen verbessert worden. Aber wenn Sie bei einem Gesetz, aber wenn Sie bei einem Gesetz von wenigsten sieben Giftzähnen zwei ziehen, dann können Sie doch wohl nicht erwarten, dass wir dann diesem Gesetz zustimmen. Und Sie können vor allen Dingen nicht erwarten, dass wir diesem Schweinsgalopp, dass wir diesem Schweinsgalopp, der durch nichts begründet ist, als durch die Gesichtswahrung der Familienministerin hier auf die letzten Stunden unsere Weihe sozusagen, unsere Legitimation erteilen. Wir denken nicht daran. Was bleibt als Mangel? Natürlich und erkennbar gibt es keine Zuständigkeit des Bundes. Es geht doch hier nicht um das Recht der Wirtschaft. Es sei ja dem Herr Schauerte gegönnt, dass er mal nicht über Bad Bank und über Arcando und über Opel, sondern nun auch über Kinderpornografie zuhören darf. Ja, mehr Aktivitäten sind ja gar nicht zu sehen. Nach diesem Gesetz hat er auch danach nichts mehr damit zu tun. Kein Verordnungsgeber, gar nichts. Es ist ein schierer Missbrauch. Das, was Sie immer als Bundesregierung bei der EU beklagen, dass Sie sagen, hier geht es doch um Strafverfolgung, gar nicht um Binnenmarkt, machen Sie hier in einem extremen Fall. Ein reines Polizeigesetz wird unter der Flagge Wirtschaftsrecht hier durchgesetzt. Und natürlich gibt es keine Zuständigkeit für das BKA. Wir haben an einem Punkt nach langem Ringen hier, nach dreijährigem Ringen in einer Verfassungsänderung dem BKA die Möglichkeit der Präventivkompetenz beim länderübergreifenden internationalen Terrorismus gegeben. Sonst nicht. Sonst hat es die nicht. Das wird hier unter der Hand alles gleich mitgemacht. Und jetzt schreiben Sie, wir haben das letzte Mal gesagt, der dritte Mangel. Gibt es denn keine Richter mehr in Berlin, in Deutschland? Nun tauchen Sie auf. Es wird gesagt, der Verwaltungsrechtsweg ist bei Streitigkeiten gegeben, steht in der Verfassung. Man kann auch Überflüssiges, wenn es denn richtig ist, nochmal in ein Gesetz schreiben. Nur das löst doch das Problem nicht. Sie wollen offenbar mit Verwaltungsakten vorgehen. Das ist schon ein Fortschritt gegenüber der Ministerin, die hier Vertragsgestaltung wollte. Nur dann müssten Sie konsequent sein und müssten auch anhören, müssten auch ein Widerspruchsverfahren geben. Dann müssten Sie Verwaltungsverfahren gelten lassen. Das tun Sie nicht. Sie haben noch nicht mal den Datenschutzbeauftragten angehört. So anhörungsfreundlich sind Sie. Wer hat es aus der Zeitung erfahren? Er weiß seit zwei Tagen von seinem Glück, genauer gesagt von seinem Unglück. Denn er soll, und da hat er doch recht, als unabhängiger Beauftragter für Datenschutz und für Informationsfreiheit. Darauf legt er Wert. Nun Teil eines Kontrollinstrumentariums werden eines kontinuierlichen, ständig arbeitenden Kontrollinstrumentariums, um gerade diese Informationsfreiheit einzuschränken. Das ist ein Missbrauch seiner Stellung. Und er wehrt sich zu Recht dagegen. Warum brauchen Sie fünf Menschen in ein Gremium? Warum brauchen Sie einen zwangsverpflichteten Datenschutzbeauftragter? Ein Richter würde langen. Und vor dem drücken Sie sich. Ein Richter, der das Ganze anordnet, wie es auch sonst im Polizeirecht ist, wenn in die Rechtssphäre der Bürger eingegriffen wird, relevant eingegriffen wird und nicht zufällig eingegriffen wird. Warum gehen Sie diesen Schritt nicht? Das müssen Sie uns erklären und hier nicht rumpolemisieren gegen Peter Schaar. Abschließend, Frau Präsidentin. Auch für uns ist das Internet kein rechtsfreier Raum. Das haben wir immer gesagt. Strafverfolgung muss dort stattfinden. Aber gerade weil die Stimmen, Thomas Strobl aus der CDU-Fraktion, Wievielspütz mal wieder so und so aus der SPD-Fraktion, schon da sind, schon da sind, die sagen, wir wollen mehr. Und natürlich wird es durch Gesetzesänderung kommen. Es wird ein Trommelfeier in Richtung Gesetzesänderung kommen. Gerade deswegen sagen wir abschließend, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Es darf aber auch nicht zum bürgerrechtsfreien Raum verkommen. Vielen Dank. Und damit verlassen wir diese Debatte zur Bekämpfung der Kinderpornografie. Das Abstimmungsergebnis wird noch einige Zeit auf sich warten lassen. Wir werden Ihnen das selbstverständlich nachreichen. Es geht jetzt zurück zu Michael Krons im Phoenix-Sendezentrum in Bonn, der weitere aktuelle Informationen für Sie hat. Und dann wird es wieder zurückgelegt.